Echt jetzt? Und ich war mir sicher, dass ich alles vermassle. Passt du. Aber im bestmöglichen Sinn. Was machst du? Moment! Sorry, hab immer noch nicht raus, wie das funktioniert. Er will Peter. Cooles Design. Was meinst du? Hast du nicht gerade... Hä? Das hab ich wohl. Sieh dir das an. Jetzt sind wir wohl wirklich Spider-Freunde.